Nun wissen Sie, dass Ihr eigenes Aktienportfolio besser ist als ein Indexfonds. Aber ist es auch so sicher wie ein Indexfonds? Sicherheit kommt von Diversifikation. Je mehr Aktien Sie halten, desto sicherer sind Sie. Weil jede einzelne Aktie nur noch einen Bruchteil Ihres Gesamtportfolios darstellt. Diversifikation in Ihrem eigenen Portfolio kommt auf zwei Arten zustande. Erstens, Sie kaufen grosse Aktien von grossen Unternehmen, die durch ihre vielfältigen Geschäftsaktivitäten bereits in sich selbst stark diversifiziert sind. Zweitens, Ökonomen haben nachgewiesen, dass sie schon mit 20 bis 30 Aktien alle Diversifikationsvorteile erzielen, die sie haben können. Sie brauchen also nur 20 bis 30 Aktien und sind so diversifiziert wie ein Indexfonds. Übrigens, Diversifikation kommt sehr schnell. Wenn Sie von einer Aktie auf zwei Aktien gehen, haben Sie den grössten Diversifikationsvorteil. Wenn Sie weitere Aktien hinzufügen, kriegen Sie zwar zusätzliche Diversifikationsvorteile, aber immer weniger. Und aus diesem Grund ist ein Portfolio aus 20 bis 30 Aktien bereits vollständig diversifiziert. Und die gute Nachricht dabei ist, wenn Sie nur ein kleines Portfolio haben, sind Sie bereits ganz gut diversifiziert. Merken Sie sich also. Ihr eigenes Portfolio aus 20 bis 30 Aktien ist so diversifiziert und sicher wie ein Indexfonds aus zwei Gründen. Erstens, grosse Unternehmen sind schon gut diversifiziert. Und zweitens, alle möglichen Diversifikationsvorteile erzielt man bereits mit 20 bis 30 Aktien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017